So, jetzt läuft auch die Aufnahme für YouTube, hallo! Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Also so wie immer. Ja, alles wie immer. Komm. Ah Gott, jetzt hat sich das Bild wieder verschoben. Ach ja, das passiert gerne. Muss man immer wieder die Auflösung neu starten. Das weißt du auch nur durch mich. Ja, weil ich eigentlich nicht gedacht hab, dass das Spiel so beschissene Bugs hat. Also das ist ja ein Spiel, ein Bug vom Hauptspiel. Das ist ja noch nicht mehr so ein R.A.W. Bug. Das ist so dämlich. Ich lege dich, General. Was sind deine Verstärkung? Bleib da hin. Ich lege dich, General. Ich lege mich hier hin. Die Auflösung ist abgeschlossen. Also für die Leute... Das beginnt so toll. Also. Für die Leute auf YouTube. Ja genau, ihr seht den Chat nicht. Das ist eine Livestream-Aufnahme. Das weiß ich sogar mal im Voraus. Stellt euch das vor. Und gleich danach im Anschluss... Für euch nicht, aber für den Stream gibt's danach... Also nicht im Anschluss, sondern ich glaub noch... Ja, Herr. 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 Das ist nur von Vorteil für mich. Also ich finde das gar nicht so schlecht, wenn du viel Quatsch... Katsch noch ein bisschen mehr, bis ich Tech 5 bin und meine ersten Kreuze haben. Wenn du erst mit Tech 5 die ersten Kreuze hast, dann hast du schon verloren. Ja, oder... Flugzeugträger kann ich ja hier nicht bauen. Ja, Venatoren sind aber sowas wie Flugzeugträger. Flugzeugträger mit dicken Geschützen. Weißt du, der... Venator ist im Prinzip in dieser Ära so eine Kombination aus Schlachtschiff und Flugzeugträger. Als hätten die ein Kind gemacht. Also, das Ding würde ich ja schon mal nicht Schlachtschiff oder Flugzeugträger nennen. Ja, Venator wird aber als, äh... Dings... äh, als Träger klassifiziert. Aber da er auch relativ viel Feuerkraft hat... Was? Möke, die macht mit mir sein? Hallöchen. Aufrüstung abgeschlossen. Nimm mal eine Custom Map? Konstruktion abgeschlossen. Da müsste ich erst dafür sorgen, dass der... mein Gegenüber die auch hat. Und ich kenne meine Gegenüber, die kriegen das in der Regel nicht hin. Was soll das denn heißen? Ob es jetzt ein Charlie ist oder ob es ein Flinch ist. Keiner von denen kriegt es irgendwie gescheit hin. Stopp! Ne, danke. Ne, danke. Ich hab Freunde. Ne, danke. Ich hab Freunde. Siehst du? Ja. Ja. Ja, Herr. Ich hab's dir, General. Was? Diese dunkle... Was hat... Was hat der Chat schon wieder? Konstruktion abgeschlossen. Ich bin immer... Was, wieso? Nein, 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 Jackie. Das ist... Das ist falsche Fraktion. Ich bin mal wieder trottelig. Aber passiert. Meh. Mehr Geld. Was? Hä? Was wohl die... Der Chat verwirrt mich schon wieder. Und jetzt willst du mit Bombern hier anrücken? Ernsthaft? Ich will nicht anrücken. Ich bin bereits angerückt. Ja, aber nicht an der eigentlichen Front. Weil die Front kommt grad zu dir. Ja, ich merk's. Hast wieder nur Jäger geblobbt. Was? Nur Jäger kann der Typ lobben. Ja, natürlich. Ich bin wieder schwer enttäuscht. Du bist die K... äh... KOS. Du bist eigentlich... Was ist das Spiel da? Nein, ich spiel keine Joden mal! Reg dich nicht immer so auf? Denk an dein... An mein Blutdruck? An dein Herz. Und was? Blutdruck, genau. Ja, General. Ja, General. Ich flieg mal kurz vorbei. Wiii. Ah, Gott. Ja, lach mich nur kaputt. Wiii. Ah, Gott. Ich mag dich. Ja, General. Ich mag dich. Ja, General. Ja, General. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja. Sprech es... Sprech es nicht auf. Du hast vielleicht junges Publikum. Hä? Ich spiele Iron im Sinne von, äh... So ein Stück Eisen. Und versuch dann mit so einer... Wie heißen die Dinger nochmal? Äh... Wenn du die... Den Bogen deiner Geige... Ah. Ach, wie heißt denn das Ding nochmal? Ding. Ding! Das Ding da! Ähm... Hier, 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 hier. Ne? So geigenmäßig dann auf dem Stück Eisen spielst. So spielst du Iron. Was, was, was? Okay, ich äußere mich nicht zu dem Quatsch. Hallo, ich rede hier nur Quatsch. Mein Stream besteht aus Quatsch. Mein YouTube-Kanal besteht aus Quatsch. Eigentlich mach ich das gerade total falsch, was ich hier mache. Aber ich find's lustig. Darf ich dir sagen, dass mich das nicht wirklich stört, dass du das falsch machst? Ja, ne, die... Eigentlich sollte... Spielt man die Republik nämlich an dort. Du tekst... Bis zu... Durch, bis zu Venatoren. Und... Ähm... Fertig. Danach hast du im Prinzip schon gewonnen. Hi. Na, wie geht's denn so? Ich hab Freunde dabei. Interessant. Ich mag deine Freundin nicht. Ich mag meine Freunde aber. Bin ich aber immer noch nicht. Der Schätzer! Dass du magst vielleicht Freunde haben. Oder vielmehr du hattest Freunde. Hey, ich hab hier noch einen ganz dicken Freund. Also verhältnest du dein Ding an. Ja, äh... Siehst du... Siehst du meine Angst? Hörst du, wie ich zittere? Ja. Anscheinend ja nicht. Klar. Würdest du hören, dass ich nicht zittere? Ja. Indem du schweigst. Was haben wir denn da so? Hä, 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 hä? Hä, hä? Jetzt... Diskutieren die über... Hell und Dunkel. Also ich mag meinen Toast eher hell. So, verbrannter Toast. Das... Das hab ich nicht gern. Gucke mal, ein Schild. So, was für den Livestream kann ich jetzt leider das nicht benutzen. Äh, was? Ich und Imperatorlache? Was hab ich für eine Imperatorlache? Tut mir leid, ich kann die Imperatorlache nicht imitieren. Mehr Upgrades! Ich brauch mehr Geld. Du hast mein Geld kaputt gemacht, das gibt Rache. Och, das... Tut mir nicht... Nicht leid, also... Nicht nicht leid? Ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es tut mir leid von mir her. Aber das wollen wir ja nicht. Genau. Das wollen wir nicht. das such hat da ist jemand endlich was hab keinen namen das ist sehr kreativ mal wieder nach hallöchen guten tag recksack tag tag ernsthaft da nicht sein hangar doch sein hangar nix da der hangar silvers wird sein was du bist ein richtiger drecksack hast du so ein so ein richtig miser mensch nein eigen ist ein richtig miser mensch nein du bist ein richtig miser mensch wenn ich ein richtig miser mensch wär wärst du jetzt schon tot du versuchst mich jetzt zu pushen sehr unterstes level weißt du mein ich könnte jetzt natürlich ich ja guck doch mal wen haben wir das alles im chat ich lese mal ein paar namen vor anscheinend wollen das was ich bin nein ich bin auch ganz bestimmt nicht bester streamer was kein ton kein bild kann tun wir kommen schon hat da wer keinen ton ja doch gerade auch kurz keinen ton aber ich fand das eher erholsam ja das ist die gängige meinung doch tun ist da ja dankeschön anscheinend haben jetzt erst welche mitgekriegt dass ich streame da kommen immer noch leute finde ich lustig du bist du mir geht so lange ihr noch die chance dazu habt virtual black kann das sein willst du so genannt werden ich weiß es nicht kurz das tun ist wieder da cool ich glaube da hat jemand immer die gleiche einleitung her von uns sein ich habe keinen schiff wirklich der user heißt ich habe keinen namen das wird nie ja da willst du jetzt mit deinem namen gegenhalten ich hatte es wenigstens kurz und prägnant was ungefähr dasselbe ist nur auf englisch so geht auf hallo möchtest du bekanntschaft machen mit bombern an sich nicht aber es interessiert mich nicht wirklich da ich hier jägerabwehr habe von daher und schweizer ist dich du 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 ja ich hab's gelesen herger hat möchtest du jetzt ein keks haben also das endlich geschafft im stream zu kommen du 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 Ach ja. Hallöchen. Ach ja. Jetzt kommt der mit Bomben an. Ich habe Angst, weißt du? Ich habe so richtig Angst. Na gut so. Mhm. Wuii. Nein! Jetzt benutzt er seine Dreckskott-Torpedos. Kuckuck. Das ist... Treffer versenkt. Würde ich dazu mal sagen. Wuiiii. Ach ja, komm. Geschenkt. Was du kannst, kann ich schon lange. Wenn die mal treffen würden! Was? Heißt... Ein Dummkopf trat der Konfiguration bei? Ja. Hä? Soll? Nein. Lange lebt ja noch. Oh, du... 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 Grüße... Das... Ah! Nein! Du hast die Schild zerstört! Ah! Ah! Komisch! Du hast meine zerstört! Gleichen mit Gleichen, mein Freund! So weit kommt's noch! So weit kommt's noch! Ich bin ein... Das ist ein Venator! Ja und? Das war gleich ein Venator! Ich hab' den von hinten mit Jägern! Hä? Kannst du mich grüchen? Nein! Ich... Ey... Ich erkenne deine Anwesenheit an! Danke! Aber hier werden noch keine Namen vorgelesen. Ich finde es so früh zu kommen. Ach! Knallt die Bombe ab! Danke! Der gute Herr war irgendwie recht unnütz. Das ist aber ein tolles Schiff da. Nein, ich meine Miner. Ja, das meine ich ja, das würde ich trotzdem so nicht unterschreiben. Ich meine, er hat mir meine Schilde weggenommen, das fand ich jetzt nicht so prickeln. Ich hab gleich Jäger übermacht. Das mögen alle Fraktionen untergehen, dann kann ich ja gar nicht so eine Widerstatt regieren. Ah toll. Dann regierst du aber über niemanden, mein Freund. Und nein, die andere Mine kriegst du nicht. Das wollten wir aber schön von vorne ein sein lassen. Fahrzeug wird produziert, Aufrüstung läuft. Bekomme was ich will. Das glaubst doch nur du. Bekomme was ich will. Verstärkung verfügbar. Ready and able Sir. Ob ich gewinnen will? Hahaha. An sich könnte ich ja jetzt, wenn ich mies bin, einfach den Stream anmachen und gucken, wo deine Einheiten sind. Ja, aber dann würdest du raus tappen, was das Spiel höchstwahrscheinlich zum Absturz bringt. Versuch wär's ja wert. Ah, da, da und da und da. Glaubst du, das merk ich nicht? Vielleicht. Allein schon daran, dass du wahrscheinlich weitaus intelligenter agierst als sonst. Was soll das denn heißen? Genau das, was ich gesagt habe. Das gibt Ärger, ne? Du sagst doch immer, dass du kein RAW spielen kannst. Ich kann auch kein RAW spielen. Nein, was willst du dann? WTF? Ups. Space Hunter teilt anscheinend Essen aus im Stream. Virtuelles Essen. Verdammter Mist. Ne, da ging grad im Hintergrund mein Renderprozess hat gesagt, hallo, ich bin fertig. Da ging das Video an. Ja, läuft. Wir müssen dir wohl die ganze Zeit zuhören müssen beim Quatschen, ne? Willst du dir bitte kämpfen? Also als Tipp. Was liegt da? Helden! Helden? Helden, sehr schwer zu töten, der Helden, by the way. Und sehr starke Helden. Das ist eine ganz besondere... Oh, Alter, hast du... Ja, der hat eine Luke halt. Ich muss mir auch mal was leisten, ja? Das Luke halt aus Dings wäre viel cooler, aus der WeMake Mod. Ach, ja, das wäre wirklich eine Maßnahme. Was lustig ist, ich habe Stream-Unterstützung. Ach Gott, was... Ja, die sagen mir was! Ach, knallt die Jäger ab. Hättest du so gesehen, du mogelst. Ich mogel nicht, die kennen deine... Du mogelst. Tu ich nicht! Doch, tust du. Meine Mutter mogelt. Das ist Mogeln, so, und das waren deine Helden. Cool. Ich schieße weiter. Das ist... Ich habe gerade meinen ersten Account wiedergefunden. Ach so. Was, mehr Leute als Samstag? Was? Ich habe nicht drauf geguckt. Ich habe doch die Zahlen nicht mehr drin. Ah, da kommen Bomber. Da kommen Bomber. Das mag ich nicht. Das kann ich nicht gutheißen. Gott, ey, diese Scheiß-Winner-Toren, ne? Ja, deshalb ist eigentlich der Sinn der Separatisten, die Republik frühestmöglich wegzublocken. Was anderes musst du nicht tun. Das will ich aber nicht tun. Ich weiß, aber... Ich habe im Stream nämlich nichts zu gucken. Da hat immer was zu gucken. Im Notfall, wie du leidest. Ich leiden? Naja. Guten Tag. Nolala. Schießt? Was? Carrier? Was für Carrier? Das sind keine Carrier. Iron. Ach so. Ja. Ich spiele ausnahmsweise mal nicht die Separatisten. Das hast du gut erkannt. Was? Aha. Ich weiß nicht, wie viel ich... 120. Oh, cool. Hi. Wie geht's denn so? Ich sollte öfters... Du weißt, dass der Win-Hator eh schon keine Schilde mehr hatte, oder? M'er egal. M'er egal! Ich flieg mal durch. Ui, ein zweites Luka-Hulk. Ich will doch einfach nur dich umbringen. Ich will dich doch, Alter. Warum wärst du dich? Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Bock drauf. Mach nicht den Skywalker. Sieh deinem Schicksal ins Auge. Ja, jetzt greift er mit seinen dreckigen Bombern den Mann scheiß Hangar an. Warum ist dieses Ding einfach so schlecht gepanzert? Oh Gott, ich hasse das. Wie gesagt, spiel mal im Remake-Mod. Ich glaube, da haben die Luka-Hulks sogar gar keinen Hangar. Schreckig. Aber sieht man in Star Wars Teil 8, Anfang. Na, das sind auch unfähige Bomber. Ja, aber wirklich als fähige Bomber würde ich die jetzt nicht klassifizieren. Nein, die hauen mir nur mal eben die Schilde weg und ignorieren völlig, dass ich da noch andere Dinge stehen habe. Ah nein, ich meine in Episode 8. Ja, das meine ich ja. Das sind keine fähigen Bomber. Das ist alles andere als fähig. Ähm, da. Nächster Hangar. Ah Gott. Ah, verdammter Mist. Was dagegen machen? Das wäre Kampfkraft, weiß ich. Iwin, ich möchte jetzt nicht solche... Doch, könnte ich machen, aber dann wäre das Gefecht noch schneller zu Ende. Wir sind immer noch viel zu schlecht in ARW. Ja, die Sache ist die, du musst ARW ja anders balancen, als du jetzt vielleicht Clone Wars balancen würdest. Sag mal, knallt die Scheiße ab. Ja, von mir aus. Flieg dahin. Habt ihr Spott mal hingekriegt? Ach, danke. Alter, jetzt kommt er schon wieder mit seinen Memes an. Zum Glück sieht man das weder im Stream noch in der Aufnahme, mein Freund. Was schickt denn die Names wieder? Ja, Iwin lädt mich öfters zu irgendwelchen Meme-Guckereien an. Nein. Ich kann da... Was war das letztens? Solche zusammengeschnittenen Szenen von... Ja, einem Star Wars. Ach, nicht deiner Ernst. Doch, mein voller Ernst. Hallo, du hast einfach nur mal... Meine Schiffe, wo das einzig fähige die Schilde... Die Hangars sind, hast du einfach mal die Hangars erschossen. Ja. Und du hast halt Schilde, Hangar und Kanonen. In deinem Schiff ist alles fähig. Ja, ne, beim Lukas sind es noch echt sehr fähige Schilde. Also, die Lukas Schilde sind neben den Superschiffen das stärkste. Das ist... Na... Die haben aber keine Auswirkungen, wenn du die Nanga bombardierst. Ja, das ist aber auch bei meinen Venatoren so. Also, ich weiß nicht, was du willst. Trotz See, das ist an sich... Das ist sehr dreckig. Jog. Oh ja. Ähm. Gucke mal. Ich komme mal von der anderen Seite. Hi. Ja, das war klar. Wie geht's denn so? Ich suche Freunde. Oh, das Ding ist wieder durch. Jetzt weiß ich, was Terra und Iron letztens meinten. Ja, Republik ist OP. Ich kann dann... Okay, gut, dann spiele ich gleich halt Separatisten, wenn du willst. Also, in Terra meint sie, die Separatisten sind OP. Wenn ich bitten darf. Wo ist mein Charakter? Ja, da. Terra meint sie, die Separatisten sind OP. Weiß ich hab die... Ach, verdammt. Nö. Ja, die Venatoren haben jetzt natürlich keine sehr hohe Reichweite mehr. Das ist das Blöde. Ach, da greift der mich von der Seite. Hi. Feierabend. Cool. Ich hab wieder vergessen, Venatoren nachzubauen. Ist das nicht toll? Aber dafür hab ich noch zwei in Reserve. Hallöchen. Hallöchen. Beballern wir eigentlich schon da. Weiß ich gar nicht. Na, Jet, wie geht's denn so? Nein. Sie ist nicht OP. Sie ist OP. Es kommt das Gefächt eigentlich auf YouTube. Ja, glaub schon. Also, wahrscheinlich. Du weißt gar nicht, wie du dann. Na, mein Armer wie Natur hier. Viel Spaß beim. Beim 2, den ich dir jetzt versenkt hab. Ui. Cool. Nein, du bist... Auf welcher Tag bist du? Ach, du bist doch auf Tag 4! Ja, sag mir mal, wenn ich Zeit habe, hochzudecken. Das erklärt, warum ich keine Vorhineinskreuzer sehe. Gut für's für heute. Wir brauchen Hilfe. Guten Abend. Guten Tag. Guten Tag. Ja, glaube. Schau, mach ich mein Ziel! Schau, lass mich einen Ziel! Schau, mach ich mich! Schau, schau, schau! Geh mir einen Ziel! Schau, mach ich mich! Schau, er ist nicht zu viel! Schau, das war nicht wirklich! Sie sind eine andere. Runde zu drehen. Ernsthaft? Drei Minificents haben gerade meinen Venator geschrottet? Was ist das? Ja. Wiedersehen. Drei Minificents haben drei Venatoren gekillt. Nein, nicht drei. Doch, da liegt einer links, in der Mitte geht gerade einer runter und rechts den Ewig auch. Aber da kommst du ja wieder mit deinen Jägern und Bombaren, wo ich eh dafür bin, die komplett rauszupatchen. Ja, dann müsstest du das selber machen. Ja, sowas ist einfach nur dreckig. Das belastet nur das Spiel. Nein, das ist voll lustig. Wo ist das lustig? Siehst du doch! Du musst doch noch nichts mehr machen, du musst doch noch nicht mal denken mit Jägern. Du nimmst die, machst einmal Komplettauswahl und Attacke. Nein, du musst immer noch spezielle Subsysteme anvisieren. Hallo! Das ist ja so schwierig, das ist ein Klick. Bei Kreuzlein musst du wenigstens ein wenig denken und gucken, wie du die am besten lenkst. Lenken? Bei der Wegfindungs-KI? Ich sage, bewege dich drei Meter nach vorne. Ich mache erstmal noch eine Runde hinten rum. Weg am besten nochmal um die eigene Raumstation rum. Der verkackte Weltraum ist dreidimensional. Ich nutze die dritte Dimension. In diesem Spiel nicht. Dazu müsstest du Hoboil spielen. Da, jetzt ist hier das blockierte Objekt weg. So, was haben wir denn noch? Das macht die Schlacht für mich zwar nicht besser, aber es macht... Komm, bauen wir nochmal Spezialarzt. Der Wegfindungs-KI leider. Leichter. Was machst du da? Da, bitte. Wiedersehen. Ah, dieser scheiß Laser, ne? Spart-Laser! Entweder der Anger oder der Laser, aber eins muss raus. Wiii. Hör auf dich einfach zu wehren, dann ist es gleich vorbei. Das entspricht nicht meiner Philosophie. Finde ich gut, dann geht das hier um. Ich werde so viel wie möglich noch mit dir in den Tod reißen. Venator, ich habe ein Prestige, Venator. Jetzt nicht mehr, du hast nicht mehr Raketen geschossen. Wer auf meine Venator mit Raketen zu beschießen. Guten Tag. Standard Venator mit roten Brücken. Angriff! Oh, guck doch mal. Das ist doch ein schönes Thumbnail. Im Hintergrund zwar brennen wir wie Natoren, aber na gut. Oh, cool. Eigenfantasie hat's. Oha. Ja, das ist immer so lustig. Venatorn-Spam kann tödlich sein. Steht jetzt auf jeder Schachtel. Mhm. Ready, enable, Sir. Good dog. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Acht Minifiscence nur gebaut? Okay, zweimal Trash. Du hast 600 Jäger verloren. Nein, noch mehr. Nein, 600. Ja, okay. 600 Reavings nur. Also, ich werde ja nichts sagen. Na, aber dieser Krieg ist irgendwie wie USA und Taliban. Du schießt mit Venatoren auf Minifiscence, zerstörst acht, aber ich nehm dir sieben teure Venatoren weg. Toll. Das, 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 ja, ich schieße mit einer Million Euro, äh, mit einer Million Euro mal eben auf ein 50-Dollar-Zelt, das ist, äh, schlimm mit dir. Ich hasse das. Grauenhaft, sowas sollte man verbieten. Rückrunde. Ja, viel Spaß. Möchtest du jetzt mal Republik spielen? Pfff, mir wurscht. Na gut, dann wechseln wir einfach mal Seiten. Nein, geschlossen. Hier ist geschlossene Gesellschaft. Ist ja irgendwie immer ein Arschloch, move, eine Multiplayer-Runde jemanden rauszuwerfen, aber tut mir leid. Ähm, ähm, dann hätten sie einen Kartenwunsch. Wo kann man denn drauf gewinnen? Also, wo kann ich drauf gewinnen? Du als Republik? Aber Kartenwunsch, äh, Hilfjahrhundert oder Lianwald, bitte. Ja. Also, äh, für die Republik ist eigentlich jede immer eine Karte gut, wo du viel Geld hast. Also zum Beispiel Belagerung von Kawasan. Möchtest du die haben? Dann geht das Ding ja unendlich jahrelang. Nein. Hm. Du könntest auch eine andere nehmen, wenn du willst. Ne, jetzt, jetzt, jetzt hab ich auf, jetzt, jetzt hab ich auf einen eben geklickt. Mach dich mal rot. Scheiße, ich habe gar keinen Unterschied. Ah, die Folge ist zu kurz. Ne, komm. Doch, die Folge, das macht einen Unterschied. Was? Sonnenstiefel? Das ist ja ein interessanter Name. Hallöchen. Wo ist eigentlich der von eben? Der, äh, immer unbedingt Aufmerksamkeit wollte. Ich will's nur wissen. Was? Äh, äh, der, äh, Ah ja, gut, Ion hat irgendwas getestet. Finde ich interessant. Das Blöde ist, als Apparatist musst du die Republik halt relativ schnell kaputt machen, sonst, äh, wirst du irgendwann mit Venatoren vollgeswammt, also mach dich darauf bereit, relativ schnell zu sterben. Na, da werde ich noch ein Wörtchen mitzureden haben. Wenn du das hättest, würdest du nicht schnell sterben. Venatoren-Spam ist echt für Menschen in ihrer Umgebung. Was? Da gehen wieder welche. Wiedersehen. War ein lustigeres Team bestimmt. Verdammt. Ne. Ne. Komm. Danke. Ich, 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 ich. Also, wer bleibt bis zum Schluss erstmal so fünf Leute? Ich! Das ist so wie in der Schule, wer will Schokolade? Ich! Oder noch besser, wer will ein Eis? Na, willst du ein Eis? Willst du ein Eis? Wie lange geht das streamen? Herr von uns zu Eivon, du wirst nicht bis zum Ende bleiben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Die. Aufbau beginnt. Konstruktion abgeschlossen. Wird aufgebaut. Was ich von Jedipedia halte, da steht auch manchmal schon drin. Stand schon, weil ich mir echt in der langen Zeit viel Mist über den Portionskreuzer drin. Gebäude wird errichtet. Du weißt, dass die Runde angefangen hat, oder? Cool. Aufrüstung abgeschlossen. Ah! Das sind ja wirklich Feinde. Konstruktion abgeschlossen. Und bringen wir ihn in den Frieden. Den amerikanischen Frieden? Natürlich, den amerikanischen Frieden. Was denkst du denn? Weiß nicht. Den französischen, den italienischen. Also zum Beispiel, vier baguettes. Was ist dann der französische? Hast du alle meine Minen zerstört? Ne, du eine. Wie so hast du das getan? Konstruktion abgeschlossen. Mäh. Sehlt eure Verstärkung? Roger, roger. Hallo? Konstruktion abgeschlossen. Shotgun-Schiffchen! Scheiße, was ist los? Ne, der Stream ist noch live, oder? Kann das sein, dass mein TS abgeschmiert ist? Ich glaube, mein TS ist abgeschmiert. Ja, weil ich bin noch streamen. Am streamen, ne? Ja, mein TS ist down. Ja, toll. Du hast den TS zerschossen. Natürlich, jetzt war es wieder ich. Ah. Ich kann nicht schreiben. Geh weg. Ach gut, jetzt ist der TS wieder da. Guck doch mal. Ziemlich. Mach ich gleich. Ja, das ist so, was ich mir raus tappen und... ... ... Gaming, ne? Ja, tun sie einen Schwuner. Nein, du musst mal schreiben. Ja, ich von Schreiben, Tastatur schreiben ist manchmal echt so ein... ...under Dinger bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Verdammt. dort vertippe ich mich mehr als was alles vor uns ja du deinen portals kreuzer die 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 gucke mal geld na ja die wir müssen ihn relativ schnell zu voll bringen das habe ich mal na der macht macht er wirklich gerade auf aha mal gucken ob er gegen halt gegenhalten kann Es gibt Menschen, die möchten auf persönlichen Wunsch gewisse Dinge entfernt bekommen. Ne, scheiße, das klingt falsch. Ich könnte jetzt eigentlich... Ah, da würde mich wer umbringen. Aber egal, ich muss ihn eh wegploppen. Wählt eure Verstärkung. Ich gehe jetzt, jetzt geht's. Roger, roger. Geh auf. Ach, Mann, der hat ja auch Jäger, dann brauche ich den gar nicht. Ja, Herr. Einheit wird produziert. Einheit wird hergestellt. Also viel Spaß dabei. Hä? Ich kann leider gerade nicht auf den Chat erwarten. Sorry. Nein. Er kann gegenhalten. Das finde ich gar nicht toll. Da müsste ich ja dann gleich Jäger hinschicken. Ach, sie ist gleich tot. Nein, nicht dein Erz. Das kommt damit noch mehr von den Dinger. Aufrüstung abgeschossen. Am Griff. Geh auf. Guten Tag. Schön im Rücken hocken und feuern. Ach, schieß doch einfach drauf, ob du triffst. Ja. Mein Schiffchen hat überlebt. Guten Tag. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Ja, Sir. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Feiern. Ja, Sir. Hö. Meint mal. Nee, kein Tretches Wort. Ich wollte schon sagen. Ich wollte mich schon lautstark beschweren. Einheit wird hergestellt. Die Prazisten sind halt early unglaublich stark. Ich hätte es ihm natürlich erzählen können. Ich bin der Typ Republik. Okay. Ja. Reaktionsgesteuert. Ja, Sir. Ich bin der Typ Republik. Ja, Sir. Das ist wunderschön und manifestant. Guck mal. Cool. Das sieht ja lustig aus, als wäre die unter Wasser. Blob, 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 blob. Hey. Jetzt will der... Jetzt will er wirklich... Jetzt will er wirklich... Naja. Das dauert nicht lang. Ähm. Ich schicke mal ein, zwei Schiffchen zum Abfangen. Nei. Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass die schon so weit sind. Ballern! Ne. Ach man, jetzt... Manchmal geht die Maus nicht. Jetzt wird es nicht so, wie ich es haben will. Mal wieder hier ein Schiffchen hinschicken. Das kann auch gut ballern. Warum hört... Was? Warum hört man Chani? Weil der ist gerade nicht auf dem TS, weil... Ist halt rausgeflogen. Beziehungsweise, weil der TS down gegangen ist. Das ist, ähm... Ja, ein kleines Problem. Ich müsste ihn reinrufen, weil... Ähm... Dinge. Wo sind die Jäger? Kopfschiff! Ne, du bist kein Kopfschiff. Du bist ein anderes Schiff. Nehmt eure Verstärkung. Nehmt eure Verstärkung jetzt. Guten Tag. Ne. Alter, da kommt ja mit immer mehr von den Dingern. Ach nö, das Ding hat ja im Prinzip kein Leben mehr. Jetzt macht sich die Akklamotoren-Span. Mal gucken, ob es klappt. Nehmt eure Verstärkung. Tag. Jetzt einmal böllern. Mach den Böller-Bus. Dankeschön. Ach, da... Man, sind hier noch irgendwo... Ach, die... Was? Mag ich nicht. Hab ich nicht noch... Oh, ich hab Schiffe verloren hier unten. Das geht doch nicht. Das geht auch auf keine Kuhhaut. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Ich bin verloren. Da bin ich jetzt aber überrascht. Ähm... Ja. Das war dann auch erstmal die Folge. Ja, also das war im Prinzip ein Ausschnitt aus dem Livestream. Sollten wir jetzt noch ein Gefecht spielen, dann werde ich das nicht nochmal aufnehmen. Aber danach die ganz normalen Republic at War Galaxis-Folgen, die kommen, keine Sorge. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.